Hallo Leute, ich habe es jetzt geschafft. Boah, ich weiß jetzt wie es geht. Ah, soll ich das wie er... Ah, soll ich das zeigen? Ja, nachher schaffe ich das wie er nicht. Ich lasse es lieber. Man muss einfach, der Song hat, nach oben kommen lassen und dann halten. Ich habe es ja mal umgekehrt gemacht. Ach, leck mich am Arsch. Was passiert, wenn ich hier dadurch... ...zequetscht werde? Wie sterbe ich dann? Aber hauptsache ist... Was ist das denn? Oha. Da müssen wir irgendwo drauf kommen, ne? Hoppala. Ich gucke mich mal hier um. Das gucke ich mal um. Hier ist... ... ein Waggon. Der lieb. Der Licht macht. Der Licht macht. Ich stelle mal unter diese Nische da. Ich glaube da passiert dann was. Das hier müssen wir glaube ich die ganze Zeit drehen. Also jetzt. Ah. 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 Nee. Das klappt gerade nicht. mal neu an schieben ab wann muss man den jetzt vielleicht es könnte sein naa Panther fuck nochmal an schieben das Spiel ist echt nicht leicht ab nee zu früh Was stiegt das mal von da an? Ich werde zerquitscht. So. Ah, klappt mir. Schade. Diese Kette dann, ne? Neck, mischa'maash. Neck. Uuuuuhh. Wie machen wir das? Das geht nicht. Ich muss das von da anschieben. So, ab. Jetzt. Es geht einfach zu schnell hoch und runter. Nee. Es geht nicht. Ich muss das Spiel abschmieren lassen. Abbrechen lassen, ne? Manche jetzt. So. Die blöde Kacke. Ja. 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 Oh. Nein. Loslassen. Das heißt, wie er zurückgesetzt worden ist, weil ich gestorben bin. Oh. Wie nette Scheiße. Was? Ich wusste, dass da irgendwas war mit dem Waggon. Was hab ich in die Lösung angeguckt hätte? Was? Nein. Ich doch nicht. Räut das auch nicht weiter? Hallo? Hallo? Lauf weg. Sorry. So. Noch ein neuer Versuch. Erst wenn er in der Mitte steht, so ungefähr. So. Jetzt. Wie geht es? Wie geht es? Nichts... Wie geht es? Wie geht es? So, jetzt aber, komm Meine Güte Wie lang wir einfach da dran sitzen Ah, gut Eine Fahrt hier ist schön Tschalala 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 Schiff mal jetzt nicht, ne Oh Äh Das nennt man Blödheit Hey, warum bin ich denn jetzt da Runtergehüpft Wieso Bin ich jetzt da hochklettern Äh, nicht Lauf, 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 lauf Oh, was Ich seh kaum was Ja Ja Genau Was war da so hohem Ampett Wie lang, alter Wie lang dein Verbruchst Schon dafür war Oh Alter Die Drecksecke, alter Das Spiel, was ich meinte vor kurzem Es heißt Happy Wheels Oha Wäre ich da oben gegangen, wäre ich unter Strom gesetzt Warte mal Da müssen wir das irgendwie Stoppen, ne Ah, scheiße Das geht nicht Ah, wer hat den beschissenen Button da hingesetzt Leck mich aber Nee Äh 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 Boah Boah Ich schaff's Was passiert jetzt? Nein Nicht drehen Nicht drehen Ach nee Mit ner fetten Kugel wieder Ach nee Ach nee Warte Ich seh kaum was Alter, ist das assi Ähm Sieht nicht so gesund aus Hallo Hallo Ja Die Kugel brauchen aber auch für die Leiter Gut, dann müssen wir da drauf bleiben Wollt ihr mich da in einen Schalter Guck Nein, 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 nein Ich seh nichts Ich seh nichts Alter, was ist denn da Boah, ist das assi Nein Warum muss ich das nochmal neu machen Ihr seid eure Arschlöcher Ich dachte, das wäre jetzt ein Checkpoint, weil die Musik gewechselt hat Nee Warum auch Warte Hey, da absolument Da WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah! Easter Egg! Aber wie lange muss ich denn jetzt? Wahrscheinlich ganz bunte. Die Kiste ist einfach nur das viel da, dass wir da unten sicher kommen. Ach, du bist doch behindertes Junge. Ich wusste es doch. Ach ne, muss ich alles neu machen, ne? Ja, leck mich doch am Arsch. Wieso muss ich alles neu machen? Was war denn der Grund jetzt? Die Schose können wir doch schon längstens. Warum? Warum? Oh! Fische backfragen. Oh, Gott. O, Gott. Jetzt keine Reden, weil es so alles zugänglich ist. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach, so. Hier wäre bestimmt ein Save-Point. Oha, da ist ein Strahl. Alter, was zum Geier. Minigun. Klar. Ja, warum nicht, ne? Hey, muss ich einfach nur schneller genug sein. Ist das die Lösung? Ja. Ey, oha. Ui. Alter. Ist das heftig. Oh. Hä? Dummer Junge. Yes. Gut. Ja, aber jetzt, ne? Der Strahl da oben ist ja noch okay, aber... Mach mich doch jetzt hüpfen. Hey. Was zum Geier? Ich brauche hier eine Kiste oder so. Damit ich nicht getroffen werde oder so. Äh. Ja, springen wäre mal ne... ...möglichkeit, ne? So, jetzt... Die Kiste, kann man die mitnehmen? Sieht so aus, oder? Nee. Sieht so aus. Ach, fuck you. Ich meine, wir kommen ja nicht gerne da hinten hin. Sie ist ja auch ein bisschen... Ach, warte mal. Der geht nach rechts, ne? Und was passiert dann? Ich guck mal. Muss ich die gegeneinander anlocken? Warte. Nee. Oder? Wenn ich das mal weitermache? Weil die qualmt schon. Ich glaub schon. Warte mal. Das mach ich mal. Weil das ist ja unmöglich, ne? Hä? Ich hab doch... Ja, die qualmt. Das heißt doch irgendwas. Nochmal. Nochmal, nochmal. Oh, die kommt ja wieder. Jawoll. Behinder, das... So, ah ja. Da kommen wir nicht dran. Was konnten die mit der Schuße noch, alter? Als ob's nicht genügend gewesen wär. Weißt du? Gravitation? Was passiert jetzt? Achso. Hm. Ich hab die Kiste jetzt gewechselt. Ach, der Marsch. Guck mal, was da hinten ist. Komm mal, ne Schuhe. Hallo. Äh... Hm. Ach, da ist auch noch ein Leiter. Hallo, hallo? Ja, wie kommen deine Schuhe? Aber was sollte es denn bringen, ne? Hallo? So. So. Da, 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 da. So. Komm, ne? So, jetzt muss er warten. Ah. Gewieft, gewieft. Und jetzt? Hey. Jetzt habe ich hier eine Leiter gebaut, eine Abkürzung. Aber wofür? Da oben ist mein Lange, ne? Nochmal runter. Ich habe jetzt die Leiter da freigeschaltet, ne? Hm. Ähm. Ah, guck mal da oben ist irgendwas aufgegangen. Aber was die Lösung ist, weiß ich es nicht. War es das gar gut, was ich gemacht habe? Ich weiß ja nicht. Ähm. Ich mache mal das da nochmal. Bitte nicht auf den Kopf. Jetzt versuche ich das da. Nochmal. Boah, das ist begrenzt. Ey, das ist begrenzt. Wir müssen noch in dem Sprung. Also hier müssen wir auf die Leiter springen. Wenn das noch am Fallen ist. So, jetzt. Boah. Alter. So, jetzt hier müssen wir mal kommen. Aber wie kommen wir denn jetzt hoch? Das kannst du nochmal machen, oder? Ja, das kannst du nochmal machen. Weil die Kiste oben ist ja auch noch. Da. Oha, das wird aber noch nicht so schnell. Ja, das wird aber noch nicht so schnell. Wir mesaantreiv SS 2 Aber ja, das wird aber noch nicht so schnell. Und dann kann das, was wir dabei schauen, Vielen Dank.